Hallo und willkommen zu diesem Video. Das hier sind die Livestream-Highlights zur Mortal Shell Beta. Mortal Shell ist ein neues Souls-Like, was sehr bald erscheint im dritten Quartal. Und ich habe einen Key zur Closed Beta bekommen und habe die natürlich gespielt. Und das hier sind die Highlights daraus. Ich will nur kurz erwähnen, dass Mortal Shell ab jetzt eine Open Beta hat bis Freitag. An dem Tag, wo ich das gestreamt habe, war es noch eine Closed Beta, wo ich einen Key zu bekommen habe. Aber falls ihr das Spiel selber ausprobieren wollt, könnt ihr es jetzt machen bis Freitag. Okay, ich habe es nicht geschafft. Ah! 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 Kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Ich kann die Laute spielen! Wie geil! Practice Max Perfect. Ach, ich spiele jedes Mal ein anderes Spiel. Äh, anderes Lied. Und ich werde besser anscheinend. Das ist so witzig. Das ist so unnötig, dass das reinprogrammiert wurde. Das ist so unnötig, dass das reinprogrammiert wurde. Das ist so unnötig. Ich finde das aber so witzig. Das ist so unnötig, dass das reinprogrammiert wurde. Das ist so komisch. Aber ich finde es richtig nice. Äh, ich höre jemanden angekettet. Das finde ich gar nicht so gut. Oh Gott! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ausdauer gehabt. Ich hätte gewonnen, wenn ich keine Ausdauer gehabt habe. Hä? Hätte, äh, ach, ach, ihr wisst, was ich meine. Hä? Hä? Oh, die Beerenfall habe ich wohl nicht gesehen. WTF? Der hat mich so schnell fertig gemacht. Was? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dahin gehen wir erstmal nicht mehr für eine gewisse Zeit. Ach Junge, diese Scheißbärenfalle, jedes einzelne Mal, wenn ich hier vorbeilaufe. Hallo. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe erfolgreich geparriert. Ach du Scheiße. Das war epic. Holy shit. Das war richtig geil. Wow. Das war ja cool. Jetzt werde ich davon sterben. Ich werde gleich sterben. Ich bin tot. Oh, jetzt habe ich volles Leben. Das war das Smarteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Alter. Alter. Als ob ich da jetzt... Bäh. Hahaha. Junge, was ist falsch mit mir? Das fühlt sich so gut an zu parrieren. Holy shit. Fühlt sich das gut an, das zu parrieren. Ich will aber meine Fähigkeit eigentlich ausprobieren. Oh. Dafür brauche ich zwei Fokus. Okay, 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 okay. Oh. Ein neuer Shell. Aber selbe Waffe. Sehr, sehr viel mehr Stamina. Also sehr, sehr viel mehr Ausdauer. Der Rest ist ein bisschen weak. Äh. Woah. Oh. Okay. Oh mein Gott. Ja. Was ist das denn? Ach, das ist auch eine andere Waffe. Lol. Haben wir einen Chisel. Aha. Vorsichtig. Vorsichtig. Oha. Dieser fucking Frosch. Also ich komme mit diesen Waffen und diesem Charakter auf jeden Fall besser klar als mit dem ersten. Fällt mir auf. Darf ich nur nicht dumm anstellen. Oh. Ja, soviel zum Thema nicht dumm anstellen. Ich habe es geschafft. Oh. Ich bin jetzt so gut wie tot. Und kann nichts dagegen machen. Das ist sehr schade. Okay, ich kann versuchen mich gegen zu heilen. Das wird aber nicht so gut klappen. Oder doch? Doch, ich heile mich gegen. Schaffe ich das? Überlebe ich das? Bitte. Bitte. Ich habe es gleich überlebt. Bitte. 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 Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Okay, dann versuche ich so lange meine Seelen zurückzuholen. meinen Dings, mein Geld. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Nein, das ist falsch. Ah, lass mich hier raus. Puh. 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 Oh mein Gott. Hey! Gott. Oh mein Gott! Hilfe! uhr! Hilfe! Oh mein Gott! Hilf mir doch! Oh mein Gott hilft mir doch. Oh mein Gott hilft mir doch. So, jetzt müsste alles respawn sein. Aha. Oh mein Gott das ist beängseigend. Ich wollte es noch gerne lesen. Hallo. Hallo, ich stecke fest. Ich stecke fest. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Das war cool, aber keine Panik, keine Panik. Äh. Panik. Panik. Okay, okay, okay. Okay, ich werde besser. Ich werde besser. Ich merke es. Mehr Nektar. Ich habe nicht gesagt, okay, Google. Nein, das habe ich diesmal auch nicht gesagt. Das Ding sieht fett aus. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding da. Habe ich noch Heilung? Nein, egal. Egal. Hallo. Oh, Gottes Willen, Alter. Ja, das ist ein bisschen schade. Fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ich habe alle falschen Tasten gedrückt. Ich habe jede Taste gedrückt, die man falsch drücken kann. Ja, ich will es eigentlich jetzt eher weniger versuchen. Sondern ich will eher meine Seelen und abhauen. Oh nein. Der läuft auf seinen Schwertern als Arme. Das ist schon cool. Wieso verfolgt er mich? Wieso verfolgt er mich noch? Hallo? Lass mich in Ruhe. Verfolgt er mich noch? Ja, er verfolgt er mich noch. Hilfe. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Der verfolgt er mich noch? Der verfolgt mich immer noch. Wieso kann ich nicht parryen? Wieso konnte ich nicht parryen? Rennst du da, Truhe, die bei ihm war? Du bist so schlau. Das hätte ich machen müssen. Das hätte ich machen müssen. Oh mein Gott, das hätte ich machen müssen. Das ist so smart. Aha. Okay, das konnte ich nicht parryen. Oh, ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Oh, ich habe einen getötet. Ähm, ich habe fast... Ach, das ist der Miniboss. Das kenne ich. Den kenne ich. Also, was heißt, den kenne ich? Den habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, der letzte Boss. Also, ich glaube, das ist der letzte Gegner. Dann lassen die mich im New Game Plus in die Beta-Version. Ah, lol. Okay. Das ist gar nicht mal so gut. Oh, ja. Fuck, 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 fuck. Ich will da nicht sterben. Bitte, lass mich nicht sterben. Bitte, lass mich in Ruhe. Äh, 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 äh. Nice. Ah, was ist das denn? Was war das denn? Heil. Ach, du Scheiße. Äh. Ich hatte leider schon... Ich hatte leider schon Item benutzen gedrückt, bevor der Rot geleuchtet hat. Sonst wäre ich vielleicht ausgewichen. Hä? 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 Okay. Okay. Ich war mich grad am heilen. Ich war mich grad am heilen. Der wird mich gleich richtig schnell angreifen. Ich konnte nicht ausweichen. Ich konnte nicht ausweichen. Mein Ausweichen hat nichts gemacht. Mein Ausweichen macht nichts. Hilfe. Ich kann nichts machen. Mein Ausweichen hat nichts gemacht. Heppa. Perfekt. Perfekt. Ich sag euch, wann ich bei mir selber parryen würde. Jetzt. Also. Was zum Teufel ist passiert? Das Spiel ist gefreezt. Weil ich die Frau geschlagen habe, ist das Spiel gefreezt. Das Spiel ist gecrasht. Es ist komplett gecrasht. Das Spiel ist komplett gecrasht, weil ich die Frau geschlagen habe. Anti-Wife-Abusement. Du wirst einfach aus dem Spiel gekickt, wenn du die Frau schlägst. Oh nein! Jetzt habe ich geparriert. Oh, lol. Ah. Ah. Ach, Mann. Hehe, Boy. Oh, Mann. 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 Ah, ich war kurz aus dem Originären. Ich habe zu spät, wieso, wieso war ich nicht so riskant aus, Alter? Wir haben ihn, wir haben ihn, glaube ich, ja. You have reached the end of the preview edition of Mortal Shell, congratulations! We hope you enjoyed your time in the game. Thank you for playing. Let us know about your experience in Discord. Hat sehr Spaß gemacht, sehr fun, sehr 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 viel Spaß. Wenn ich restarte, dann starte ich New GamePlus oder nicht? Ich starte New Game Plus. Ich starte New Game Plus. Das macht mich happy. Allerdings würde ich sagen, das war es mit dem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuschauen. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Stream. Bis dann. Ciao. Leute. Bis dann.